Hallo zusammen, ich bin Stefanie Gupser und ich habe hier ein Geschenk gekauft, den ich für euch empfülle für das 10-jährige Jubiläum des Viaduct. Und den kann man nachher nicht gewinnen. Kommt bitte. In diesem Körbchen geht es um Vuvai, das ist meine neue IP. Es geht um Handeln im Nichtstun. Das heisst um flow zu sein, sich gut zu tun und sich wohl zu fühlen. Adelette – ein must have. Sie sind übrigens produziert in Italien. Nachher braucht es eine Brille. Dann, was immer gut ist, wenn man am Picknicken ist, einen Minim-DJ-Mixer. Und dann decken, um sich wohl einzuscheln für sein Picknick. Wir brauchen noch ein schönes Outfit, damit man sich so richtig feminin schön fühlt. Das ist mein ganzer Korb. Tschüss zusammen. Eure Räuber.